Der Golden Princess Slot Hi, hier ist Frankie von den Casino News. Bei dem Golden Princess Slot von Microgaming unternimmst du eine abenteuerliche Reise in eine verlorene Welt und sucht hier nach dem verborgenen Schatz. Ein Panther und ein Leopard wachen neben der verführerischen Prinzessin. Das Reich der goldenen Prinzessin ist eine prachtvolle Fantasiewelt. Es gibt goldene Spielkartensymbole, den Panther und den Leopard, Krieger und die Prinzessin persönlich. Random Wild Multiplikatoren bringen dir einen zufälligen 2- oder 3-fachen Multiplikator zu jedem Gewinn. Entdecke die Free Spins mit den mysteriösen Gewinnen. 3, 4 oder 5 Scatter-Symbole, das ist ein Tempel, bringen 10, 20 oder sogar 30 freie Drehungen. Im freien Drehungsmodus werden die Walzen schwarz. Es tauchen neue goldene Symbole auf. Das gibt noch mehr Chancen, hier groß zu gewinnen. Besuche die verführerische Prinzessin in ihr Dschungelparadies, wo das Glück den tapferen Holt ist. Du kannst den goldenen Prinzess-Slot auf Online-Casinos-Bits kostenlos testen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann like es, gib ihm einen Daumen nach oben, Abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es etwas Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gamblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.